Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen sie uns hier raus! Shit, shit! Nein, nein, nein! Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß! Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay. Lass uns vorsichtig sein. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play bei Trend17TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei euch im Voraus für die vielen Likes und Comments. Schön, dass ihr dabei seid bei Rise of the Tomb Raider. Selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wow, 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 wow. Alles okay? Ich hab den Ralf verloren. Geht schon. Oh, schneller können wir auch nicht laufen, ja? Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Lara, bist du in Ordnung? Jonas! Katten entlang. Ich bin hier. Boah, ich klettere runter und hol dich. Nein, nein. Das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Bist du sicher? Bleib einfach da. Meine Güte, ich habe mir fast in die Hose gemacht hier. Da geht es nicht hoch. Achsbefestigung. Ah, hier hoch. Ei, 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 ei. Schnell, 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 schnell. Und spring. Oh mein Gott. Ich würde ja sterben, wenn ich hier hoch müsste. Das ist echt schwer. Oh, 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 oh. Oh. Ah, ich muss hier lang. Okay. Wow. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Wai! Hab dich! Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Schaut sich einer diese bombastische Grafik an. Müssen wir wohl durch. Wir sind gleich da. Rein in den Gutenberg. Nicht schlecht. Dann können wir bleiben, bis das Wetter umsteht. Glaubst du, echt, ich bin in die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser geht's zu ihnen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch schon einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht bevorgekommen. Der Sturm kommt leer. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Oh, 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 oh. Ich ahne schon Böses. Was meinst du? Hier sind nah und etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Oh, oh, oh. Oh, ist das steil. Alter Schwede. Wow, hier sehen wir deine lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Ich bin ja jetzt. Was du? Oh. Was ist das? Das war knapp. Festhalten, festhalten. Hoch, hoch. Geh hoch. Hoch. Oh. Geh doch hoch. Geht nicht, weil du achten, ich muss hier rüber. Alles klar. Oh, oh, oh. Oh, shit, shit, shit. Yo. Okay. Auch da müssen wir weiter hoch. Oh, ist das steil. Alter Schwede. Wow, 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 wow. Weiter rüber. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin dein Anker. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Wow. Nein. Oh, oh, du musst dich darüber beugen. Ja, du musst dich darüber. Genau, jetzt. Ja, 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 ja. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Ich brauche nicht, dass ich so mein Kopf habe. Ich mach dir denn sein oben fest. Okay. Wir geben dir jetzt was sein. Äh, wo oben? Ich weiß gar nicht, wo ich hier langen muss. Äh, halt dich schön fest. Hier, 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 ja. Ach, da. Ja, okay. Oh, mein Gott. Soll ich da jetzt hochspringen, oder? Ja. Oh, Alter. Halt dich bloß fest. Wow, wow, wow. Jawohl, endlich. Jonah, wir haben's geschafft. Ich seh die Ruinen. Oh, Gott. Oh, scheiße. Hab dich. Ich hab dich. Lara, kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf. Tu das. Bitte. Da. Da drüben. Schnell. Schnell mich zur anderen Seite. Okay. Los geht's. Verdammt. Dreimal. Ich kann mich mehr halten. Oh. Komm schon. Ja. Nochmal. Oh. Oh. Immer noch nicht. Ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Nochmal. Komm her. Was schaffst du? Endlich. Schnell rutscht. Lettern. Lettern. Schnell rutscht. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Schnell rutscht. Ach du Schill. Wir haben noch eine Lawine. Geht zurück, Jonah. Such dir Schatz. Wow, 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 wow. Rüber. Ach, du Scheiße! Wo muss ich jetzt lang? Sauber! Oh! Oh! Krass! Oh! Oh! Oh, schnell, 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 schnell! Oh, alter, schwer! Das war knapp! Oh! 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 Und die Reise verschlägt uns jetzt nach Syrien. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist recht. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Äh, das ist nur die Oase. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit, shit. Nein, nein, nein. Oh, bloß schnell raus, da. Die hat aber immer nur Pech, die arme Lara hier. Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Ja, meine Lieben, und genau an dieser Stelle machen wir einen Cut mit dieser bombastischen Aussicht, mit dieser schönen Sonne. Machen wir einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Und dann werden wir das Grab des Propheten suchen. in den Ruinen. Ja, ich bedanke mich wie immer bei Euch fürs freundliche Zuschauen. Und wäre sehr erfreut, wenn Ihr das Projekt unterstützt mit einem Like oder einem Comment. Und vielleicht auch mit einem Abo. Ist ja kostenlos. Alles klar, dann wünsche ich Euch noch was. Eine schöne Woche. Und was auch immer Ihr tut. Habt viel Spaß dabei. Bis dann. Und tschaui.